Guten Tag, liebe Zuschauer, herzlich willkommen. Heute möchte ich Ihnen erzählen, wie der Darwinismus die Welt beherrschte. Die darwinistische Ideologie, auf Betrug basierend, verteidigt die primitivste Täuschung, dass das Leben auf der Erde durch Zufall zustande gekommen sei. Aber trotz dieser Irrationalität dominiert dieser Betrug alle Staaten der Welt. Regierungen, Schulen, Universitäten, die Wissenschaft, die Umwelt, Unternehmen, Zeitungen, Zeitschriften, Radios und Fernseher. Diese Bekanntmachung, dass der darwinistische Betrug die Welt dominiert, geschieht durch die heimtückische und antichristliche darwinistische Diktatur. Die seit 150 Jahren herrschende finstere Diktatur ist momentan im Todeskampf, behält aber seinen Anfluss noch bei. Dr. Gravil Avital, der Präsident der wissenschaftlichen Abteilung des Unterrichtsministeriums, wurde aufgrund seiner schriftlichen und mündlichen Aussagen, die die Evolution inkubierieren, eiligst von seinem Amt entlassen. Michael Reis, der Schulungsdirektor der Englisch-Königsreichen Akademie, der aufgrund seines Vorschlages, auch die Schöpfung in den Schulen zu unterrichten, eilig von seinem Amt entlassen wurde. Die darwinistische Diktatur basiert auf Tyrannei, Unterdrücken und Bedrohung. Heute ist es fast in allen Universitäten der Welt nicht möglich, dass ein antidarwinistischer Professor dort lehrt. Kein Ministerpräsident eines Landes kann offenbaren, dass er ein Antidarwinist ist. Kein Lehrer kann seinen Schülern den Betrug des Darwinismus erzählen. Umgekehrt kann auch kein Schüler seinem Lehrer offen sagen, dass er nicht an die Evolution glaubt. Ein Professor oder Lehrer, der dies tut, wird sofort entlassen. Der Schüler würde in diesem Fach durchfallen. Für einen antievolutionistischen Minister ist es unmöglich, in der Regierung zu bleiben. In der Tat sind fast alle Bemühungen auf der Welt, den Schulen die Tatsache der Schöpfung zusammen mit der Evolution zu lehren, vergeblich. Heute sind fast alle bekannten Presseorgane dazu verpflichtet, gefälschte Fossilien als angeblich Beweis für die Evolution zu veröffentlichen. Notwendigerweise muss man ein Teil dieser Betrug sein, sonst endet das Arbeitsleben. Nur weil er die Schöpfung verteidigt oder sogar einen Artikel über die Schöpfung erwähnt, endet seine Karriere. Und als Wissenschaftler oder Professor einen neuen Job zu finden, ist es unmöglich. Diese Person wird wahrscheinlich auch seinen Freundeskreis verlieren. Einen Platz im Bereich der Wissenschaft wiederzufinden, ist fast unmöglich. Die verwendeten Methoden sind Nötigung, Erpressung und Bedrohung. Wegen den gewalttätigen Drohungen der darwinistischen Diktator konnten die Menschen ihre Opposition gegen den Darwinismus nicht offen ausdrücken. Mussten feststellen. Die Ablehnung des Darwinismus wird durch die Ausübung aller Methoden blockiert, da sonst keine Grundlagende dieser heidnischen Religion für die Verfechter dieser Theorie übrig bleibt, um diese am Leben zu erhalten. Gelogen wird mit lauter Stimmen, doch diese Behauptung als eine Lüge darzustellen, gilt als ein Verbrechen. Diese als wissenschaftliche These aufgestellte Theorie ist in Wahrheit weit von der Wissenschaft entfernt. Formal und explizit wird verhindert, diese Theorie abzulehnen und ist ein System des dogmatischen Glaubens geworden. Das bemerkenswerteste ist, dass die offensichtlich ohne Scham weitergeführt wird.